Das Schiff geht hoch! Jetzt Wasser! Ja! Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Los! Ja, ja. Ich kann aber wohl keine fünf Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche Begabse, die nachbescheid ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Wiegt aus alle Wände. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit Abhauen? Bevor es hier noch mehr Ärger gibt. Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefallen. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Aha, besser. Genau. Bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schleifern. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut. Nee, tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Ho, ho, ho. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst so was? Oh, auf einmal interessiert's dich, was? Ja! Hm, aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber... Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sag ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll. Dann geh doch und sag ihr, dass wir die Goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie's heute Abend noch im Fernsehen. Na komm schon, Nate. Vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Klein-Kriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird es verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich mein, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich trau ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, dass... ... es darf nicht wahr sein. Ich hätte es echt wissen müssen.